Oh, das war schon wieder ein neues Video. Ich habe gerade geguckt, wie die AP Katharina hat. Ich glaube, das lohnt sich bei ihr wirklich, weil die hat ja sehr viele Kills und es macht ja 8 Fähigkeitsstärke pro Kill. Also kann sie bis zu 160 Fähigkeitsstärke nur dadurch bekommen. Alter, dieser Twisted Fate ist aber so richtig schlecht. Alter, der hat gerade 4 Kills gemacht und ich habe nicht einen einzigen bekommen. Geht doch, einen einzigen Kill. Jetzt pushen, geht durch. Oh, da habe ich sogar noch einen Kill gemacht. Äh, einen. Aua, okay. Alter, was war das? Weggeschleudert, nach hinten geschmissen, ein Tower hilft tot. Oh, man kann jetzt auch sehen. Ein Verbündeter wurde getötet. Okay. Singelt habe ich hier auch. Ich fand ihn eigentlich immer relativ gut, weil er ziemlich viel Leben hat und sein Gift macht ja mehr Schaden als Timos Gift. Und ist schon sehr nice. Very nice. Very nice. Oh shit, das geht noch wirklich scheinbar schade. Geh mal wieder ein bisschen weiter weg. Shit, jetzt bin ich gestorben. Barsona hat jetzt 8-8. Unser Team ist wirklich voll schlecht. Und er hat voll viele Kills von mir bekommen. Es war jetzt kein Killspiel, aber die 2 Doppeltötungen, da hätte ich eigentlich die letzten beiden Kills bekommen müssen, weil ich hab ja die gestan und die Säule hat freundlich angemacht. Und er hatte nur mit seinem komischen Auffressen den Kill bekommen. Oder die Kills. Ich geh mal Bord. Minions Farmen. So. Jetzt setzen wir doch gleich nochmal einen Mana-Krank ein. Jetzt haben wir so viele gekauft, dann brauchen wir doch keine mehr. Oh, der hat übelst die Lags. Der verlässt alle 5 Minuten ins Spiel. Schon das dritte Mal jetzt. Der will die ganze Zeit aufgeben. Ach, tust du Zeit. Oh ne, Katharina pusht jetzt Bord. Ich habe eine Konzession. Oh ne, Katharina pusht jetzt Bord. Ich habe eine Konzession. So. Aber hier bin ich ganz schön, dass ich Hello. Ich hab's gut gemacht. Oh ne, ich hab's gut gemacht. Nein, ich hab's gut gemacht. Ich hab's gut gemacht. Zwei. Ich hab's gut gemacht. Der hat das Wetter. Nein! Oh, shit! Das mit dem Zauberer fiel's gar nicht so schlecht. Da ist ein wenig verletzung ohne Zaubererинг. Ich hatte ein wenig den Zug von der Zauberer, da ist dieser Zug von der Zaubererung. Der Zaubererung hat einen großen Legenden von der Zaubererung, No me might, because I'm very good with the fake player. Sieht man ja voll. Oh ne, nicht die schon wieder. Hier war ne geile Combo. Diese Kremlitzung, die ist habe ich mit dem Problem geschehen. Aber ich habe vor allem, dass ich die Kremlitz mit einem nouvelles Grub heavenly genannt habe. Andere auch in diesem Kremlitz. Die Kremlitzung ist nicht auf den großen Anschluss. Ich habe einen schönen Sein-Sephan. Ich habe einen schönen Schiff mit dem Spannungsmiss. Ah, ich hatte sehr ein Glück. Da pushen unsere Minions quasi bei den Tor. Und ich hole mir noch so einen Zauberstab hier. Heißt der Zauberstab? Ja, ich hab sogar Zauberstab. Und ich kämmer den Zauber. Ich glaub ich nehm das beim nächsten Mal raus. Wenn du nutztest du sowas von gar nicht, sollte dafür lieber entzünden. Okay, in diesem Spiel ist ja auch so gut wie kein AD-Chan. Außer das Tana halt. Oh, man, ich kacke mir. so habe ich einen kill bekommen, dank meiner guten ulti so habe ich noch einen kill, jetzt sieht es auch immer wieder gut mit dem kill totverhältnis aus 10-10, 11-10 wäre zwar schöner, aber 10-10 ist jetzt auch nicht schlecht so, 11-10 ist doch schön oh ne, Katharina lebt noch, es geht glaube ich gleich weg 22 Leben verlächerlich da kann Verkruppeln doch helfen oder doch nicht gut gemacht, Elisabeth, sonst würde sie ja